Ah, löchen, ihr Baranausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2 im Skyblog. So, wir bauen uns mal unseren Pott, den brauchen wir ja sowieso. Ach, wir haben noch Wasser. Den brauchen wir sowieso noch. Das Schneidebrett müssen wir auch noch bauen. Und dann werden wir uns mal ein bisschen Joghurt gönnen. So, Pott, jetzt können wir uns ein bisschen Joghurt bauen. So, da ist nämlich Dairy, den können wir aber auch reintun, weil ich glaube aus Joghurt kann man auch noch mehr machen. Genau, Melonenjoghurt zum Beispiel kann man machen. Guck mal, Melonenjoghurt. Guck an. Ich brauche einen Melon. Habe ich gerade beschlossen. Gib mir Melonen, Melonis. So, da tun wir auch mal im Kühlschrank. Diesmal Da können wir auch Pumpkin-Joghurt machen. Aber ich will erstmal hier Melonenjoghurt haben. Danke. Sehr gut. So. So, ein paar Büchse haben wir jetzt wieder. So. Das Wasser will ich mal kurz loswerden. Ich mache mir Kupfer, glaube ich, oder? Mache ich mir Kupfer. Ich habe aber ein paar Prinzipien für. Okay. Machen wir mehr Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das ist die Frage. Machen wir erstmal, genau, machen wir erstmal Kupfer. Scheiß drauf. Und wir brauchen wieder Glas. Und wir müssen mal wieder Sekundus machen. So. Jetzt gehen wir uns mal hier die Lumber Eggs gönnen. Die braucht Tough Rods. Wir müssen erstmal noch Dingens machen, okay? Hier, die geht ins Kirchen. Blank Patterns. Denn wir brauchen noch die Taffo, äh, das hier. Und ich glaube, ne, die Plate haben wir schon, ne? Auf jeden Fall den Stiel wieder aus das. Alles klar. Ich würde das Binding tatsächlich aus Stein machen, oder? Oder sollen wir es aus... Ne, Eisen müssen wir gießen. Ne, so, wir könnten was auch machen. Okay. Duability 3s, äh, 75. Machen wir das mal da so weg, warum nicht? Die Platte. Die braucht acht, ne? Platte. Was macht man auch die Platte? Pearl. Blaze? Geht da noch das Blaze? Ich weiß es nicht. Ist das Lapis? Warte mal. Plate. Was geht dir denn eigentlich alles? White Light Slime. Prudentio. Alter, was geht denn alles? Fluix. Lyseride. Ostgloglas. Okay. Platinum. Sehr gut, Palis und so. Das weiß ich auch. Nickel. Void. Black Quartz. Black Quartz geht auch. Emeralds gehen auch. Elementium. Boden. Large. Achso. Aber ich hätte vielleicht gedacht, dass vielleicht auch, ähm, Lapis oder so geht. Aber scheinbar nicht. Da 100, 120. Bei 100, 200. Endstone. Magma Slime. Sponge. Nazarek. Glaube ich mal. Oder ich mach die aus Bauen einfach. Aber Black Quartz hat wundert mich. Ich hab' immer so schlecht für Black Quartz. Geht das? Zeig mal. Kriegelt wirklich. Hm. Machen wir so mal. Warum nicht? Weißt du auf. Wir haben mal Black Quartz. Wir haben genug Black Quartz, glaube ich noch. Ja, so ein bisschen. Sollte reichen. So, jetzt müssen wir noch den Kopf machen. Das ist der hier. Die Broad Eggs. So, und den machen wir uns Knochen. Weil das dann natürlich so ein Material ist, womit wir reparieren, ne? So, du dahin, du dahin, du dahin. So, guck mal. So. So, du dahin, du dahin, du dahin. Okay. Warte, was ist eigentlich wenig? Warte mal. Warte, ich will mal testen. Gif mich. Ist das dann stärker? Attack 4,5. Ja, dann mal Shift, CTL. Silver Blood hat's, hat's 5, okay. Ja, nur ein schlechtere Duability. Ist aber Holy. Wir haben Holy. Holy moly. Könnte natürlich die, äh, ne? Könnte natürlich jetzt eine andere Waffe bauen, theoretisch hier. Hier so, ne? Rapier. Rapier. Oder Longsword. Könnte natürlich jetzt auch bauen. Aber hier, ne? Hier, Cleaver zum Beispiel. Aber, ich will sagen, das kommt noch später. So. Äh, wir packen das erstmal weg. Wir werden mal testen das Ding. Wir müssen noch pennen. Zack. Schlafen. Könnte ich auch sagen, wir fangen langsam auch mit Forestry an. Äh, das wird auch vorankommen. So, jetzt können wir die mal testen hier. Mal es weghangen. Katsching. Didi, 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 didi. Sehr geil. Ja, doch, die hält wird aus. Ein paar Bäumchen damit kann man auf jeden Fall wegangen. TikTok, 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 TikTok. Und kein Orexcavation mehr. Ist das schön. Ja, moin. Das gibt ein bisschen Holz, ja? ein bisschen viel holz es regnet es regnet rohstoffe ich kann glaube ich fast mit einem einem durability ich glaube alle Bäume abpacken hier oder das wäre cool das wäre echt cool sagen wir mal so das wäre richtig premium aber bis jetzt ist du noch ganz hey was denn da brech also ich würde sagen holz haben wir definitiv jetzt erstmal genug so und genau gepasst mit der axt guck mal wie ich alles mitnehmen kann doch da würde alles anpflanzen hier ja da hat da war eine gute entscheidung wird umzubauen von dem von dem von den die ganz her von den was wir da rauskriegen auf jeden fall definitiv aber wie gesagt Holz das probleme haben wir jetzt glaube ich erstmal nicht mehr sollte gehen kurz gucken toolforge wieviel knochen brauchen wir um die rezeptieren auch nur zwei sehr gut läuft sehr schön das ist sehr gut so ich würde aber gerne noch ein paar blätter mitnehmen mit der schere zwar nur 42 aber die schere erstmal kaputt wie sieht er mit dem kopf aus da kann ich dann direkt mitnehmen das haben wir schon mal gut 28 sehr gut nehmen wir auch mit rein machen küpfer voll machen restlichten so ab geht's so blätter wieder rein ach guck mal anderthalb sechs erde guck dir das an hey ich hab so zu ruppeln du du wurst so jetzt guck mal was wir jetzt als nächstes bauen die frage ist fange ich mit forestry an bei forestry ist schon ein geiler mod ne vor allen dingen kriegen wir dann nachher die die farmen ähm die brauchen wir natürlich auch für aktuelle editions aktuelle editions ist natürlich auch geil weil wir da später die den farmer kriegen womit wir automatisierte felder machen können weil industrial craft ist natürlich ähm auch cool klar aber wir sind jetzt schon an dem punkt angelangt wo wir ähm die hohen sachen bauen und wir sind nicht mehr weit vom nuklearreaktor entfernt und das ist schon hart nuklearreaktor ist schon ne hausnummer tatsächlich mit industrial craft alleine den aufzubauen der ist schon hart in dem vernünftigen ja so dass er vernünftig läuft sagen wir es so biomasse öl ethanol ethanol kann man sogar machen biomasse kann man auch machen ohne probleme sogar bares biomasse und sowas ähm guck mal bio dann haben wir biomasse zum beispiel dann brauchen wir den kompost dafür genau dann gibt es noch äh ja gut im bioreaktor gibt es natürlich auch äh da ist ja genau ähm ne das ja wie machte man das nochmal fermenter genau im fermenter macht man das äh dann gibt es noch biogas wobei ich biogas keine ahnung hab wo das herkommt infektion was thermal da wird einfach nur biomasse verbrannt da kriegt man biogas raus ok wie kriegt man biomasse bio chef im macerator ah macerator wenn man sachen klein macht ah ok das kann man dann gehen äh mit water da kriegt man dann biomasse da kriegt man biogas aber das ist doch blödsinn warum gibt es denn warum gibt es denn keine das verstehe ich nicht warum das verstehe ich nicht ganz warum macht man biomasse mit industrial craft und biogas nicht oder das ist ausgeschaltet hier da brauche ich mir faktionation still von thermal ok 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 das ist das ist machbar das ist nicht das problem biomasse zu machen wie sieht das aus mit ethanol ethanol müsste eigentlich genau von immersive sein zum beispiel oder von forestry genau kriegt man aus biomasse nämlich raus wenn man ein still hat von forestry aber die braucht glaube ich strom wenn mich recht die braucht strom auf jeden fall die braucht strom nicht still aus biomasse kriegt man dann ethanol ethanol ich weiß nicht was jetzt besser ist ob biomasse oder ethanol ist halt immer so eine frage das ist der fermenter der ist aber scheiße teuer der fermenter chemical reactor ja bottler nuclear craft das hat glaube ich das still ist glaube ich echt das angenehmste mit der biomasse die frage ist natürlich ob da auch andere biomasse reingeht das ist halt die frage wahrscheinlich nämlich er nicht was haben wir noch gehabt öl also oil oil also normales oil gut oil olivenöl ok plant oil seed oil rocid oil kenne ich ich glaube wir gehen auf die auf die biomasse ich glaube das kriegen wir hin das heißt wir brauchen die fluid machine leise zinn ein circuit ok wir brauchen sieben das wir brauchen jetzt muss ich kurz überlegen drei sechs acht und einmal eisen und ein bisschen kupfer und dann gehen wir mal zum melformer werden wir kurz käbelchen rausholen und planen machen so dann machen wir ein paar plädieren dann machen wir die fluid canning machine zuerst dann können wir uns mal kurz ein paar melodie holen ich mache schon mal ein bisschen bio zeug aus melone so glaube ich dann sogar echt angenehmer aus als acht kürbisse zu benutzen die werden wir da mal zerrieren muss er da soll man was hat schon wie sieht er eigentlich hier aus ach ja da war noch charcoal guck an hier läuft's so wie sieht er aus fertig können wir nochmal rollen und wir machen das pen muss man schlafzimmer fertig bauen ja 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 wir müssen doch so viel machen für die nächste folge baue ich mal wieder ein bisschen so hier auch den übergang fertig machen hier will ich am glasboden rein machen hua mal ein feckerchen hin legen wir uns auch noch ein dach drauf das ist gleich fertig da haben wir zwar bio schaff machen wir noch wasser gleich der ist fertig da brauchen wir noch das noch kurz gewusstet muss auch mal sein den ennwil haben wir auch noch den können wir tatsächlich wieder einschmelzen wenn wir wollen aber ich könnte ihn auch mal sein lassen weil so schlimm ist es auch nicht wir müssen unbedingt noch ein paar Dinge bauen ein paar die gibt es kirchen hier genau das für mich gerade teleporter meine fresse was ist denn da los könnte ich gleich mal wieder eine tree tab bauen auch so ein zwei redstone bitte das casing brauchen wir noch eins zack 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 zackig zackig da ist er da ist er so ich habe nichts gesagt jetzt brauchen wir wasser ein wäscherchen sogar zwei ich hoffe ich weiß nicht ob das so geht was musst du denn noch machen warte mal nee nee warte mal wieder wasser nochmal also was glaube ich und dann kann ich die Tanks glaube ich switchen gleich genau so geht es nämlich und Biomasse mache ich dann indem ich das auf das stelle okay so kann ich switchtanks machen enriching enriching ist er ne ne muss er in der Zelle packen oder geht er doch im Eimer das ist die Frage obwohl das scheißegal ist ich kann nur die Tanks wieder switchen und kann das dann hoch machen müssen wir ausprobieren wenn nicht mache ich die Tanks und dann kenne ich das einfach so damit haben wir unsere erste Biomasse gemacht und ich würde sagen wie es weiterreden seht ihr in der nächsten Folge und wie immer wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like da lasst ein Abon oder lasst ein Kommentar da ansonsten einen schönen Tag einen schönen Abend wie auch immer bis zum nächsten Mal zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2 Tschüssingen Tschüssingen Vielen Dank.